hallo leute hier ist wieder eure bella und dasselbe hat jetzt endlich den teaser zu den zwei neuen magischen pferden rausgehauen sprich setner und pro toys und ohne lange drum herum zu reden gucken wir uns den teaser jetzt sofort mal an und ich werde wie immer sofort darauf reagieren let's go den ton habe ich übrigens ausgeschaltet und hier sehen wir schon die ersten magischen haustiere zu den zwei magischen pferden ja wir haben hier rechts einmal einen gold fisch wie gesagt von oben bis unten halt so gold orange wie halt ein goldfisch so aussieht und hier haben wir das soll glaube ich ein rot feuer fisch sein der sieht ein bisschen aus wie ein zebra nur halt nicht schwarz weiß und eher so rot weiß das finde ich eigentlich ganz cool ja und die magischen haustiere wie man unschwer erkennen kann sind zwei katzen und also schon das erste magische und da sehen wir auch schon welche rasse setner und pro toys sind die haben nämlich das modell vom apalooza apalooza doch ich glaube das ist der apalooza und das ist ein hartes auge wow es ist echt krasser palomino richtig schönes goldenes fell abzeichen an den beinen helle mähne heller schweif war auch richtig strahlend blaue wenn ich sogar türkisfarbene augen hier am kopf sehe ich glaube ich schon so eine kleine blässe rosa mäulchen und wieso äpfelung im fell sieht schon mal ganz gut dass das gesicht sieht irgendwie ein bisschen nackelig aus irgendwie fehlt mir da noch weiß ich weiß auch nicht aber aber süß ja hier sieht man sagt mal ob diese krassen augen war und die farbe an sich so richtig goldig brauche schöner palomino es ist wirklich es sieht wirklich aus wie ein zebran abgesehen vom schweif ne zebras haben ja ganz anderen schweif aber oh my god diese dieses ist wirklich ein zebra ich weiß es nicht was sie cool aus mit blauen augen ich fressen ich fress ein besen ich glaube das wird eines meiner absoluten lieblingspferde fragt mein mann ich liebe zebras wirklich ich habe zebrakissen ich habe zebradecken ich habe zebrabettwäsche ich habe zebraposter damals mal gehabt ich habe ich liebe zebras sind toll und deswegen freue ich mich gerade so dass diese nicht magische form ein zebras also natürlich ganz eine zebras haben ja von kopf bis fuß schwarz weiße streifen aber es ist auch schön schick gefällt mir und die mähne auch gott ich lieb ich lieb es sorry ich bin grad total ausreiten wie es kommt sich rasta aus ja schön ich glaube ich habe schon für eins entschieden ich nehme das zebra okay der unterschied von vorher zu nachher das ist ja mal unglaublich krass oh mein gott oh die details okay also über die fischpferde könnt ihr denken und halten was ihr wollt ihr könnt sie wirklich abgrundtief hässlich finden aber ihr müsst zugeben die details was wir jetzt hier sehen können sind gigantisch erst einmal generell so die musterung die einzelnen streifen die farben hier sieht man mega krass diese einzelnen kleinen schuppen das sieht so die das sieht wirklich aus als wäre das pferd nass als würde es wirklich so glänzen wie bei einem fisch halt oder wie bei einer schlange mega krass auch hier diese einzelnen ja ich sag mal was ist denn das flossen keine ahnung mega krass ja da wo die mähne ist ne das ist bohr mega auch hier die seiten flossen wie schön das aussieht also da könnt ihr mal sagen was ihr wollt vom aussehen her kann es kann es wirklich richtig hässlich aussehen aber die details sind hammer mega krass okay also das gefällt mir schon wow okay ok oha oha es hat sogar richtig goldene hufe wow es ist wirklich ein goldfisch sorry ein goldpferd wow und hier sehen wir auch natürlich hier die die flossen hier die po flosse hier die seitenflossen hier flossen an den beinen ach nee das sind gar keine flossen das ist hier der schwanz die haben richtigen fisch schwanz nein ach da da sieht man da hat man es gesehen im richtigen für schwanz wow mal kein schweif so wie bei italiener und campos die haben ja noch einen richtigen pferdeschweif gehabt was wirklich nicht so wirklich gut gepasst hat aber hier die haben richtig flossen wow wow oha oha ok hier gefällt mir die flosse am hals besser als hier bei bei dem ich weiß gerade aber nicht was setten und brothäus ist ich würde mal sagen der goldfisch ist setten und dann ist das brothäus vielleicht denke ich auch vollkommen falsch vielleicht ist das setten und das brothäus ist ja auch wurscht aber ich glaube das sieht ein bisschen merkwürdig aus weil das halt so eine kombination aus pferd und fisch ist wenn das pferd jetzt komplett keine hinterbeine hätte sondern hier hinten nur eine flosse wie eben bei einer mehrjungfrau oder bei einem seepferdchen dann würde das glaube ich schon wieder richtig cool aussehen aber wie willst du das in star selber umsetzen dass der hintere körper nur aus einer flosse besteht ich glaube das ist ein bisschen schwierig aber die haben es ganz gut gelöst also der schweif ist eine schwanzflosse finde ich okay finde ich ganz gut gelöst aber es sieht natürlich sehr krass aus ne das sieht halt sieht das haus als hätten ein fisch und ein pferd liebe gemacht so ungefähr könnte man das sagen aber wie gesagt die ganzen details hammer auch hier an den beinen die ganzen schuppen wenn beeindruckt wow wow oh mein gott hier ist sogar das sieht aus als hätte das hier so wie wie perle nur irgend so was krass auch hier an den augen wie das angemalt wurde hier sieht schon fast aus wie kleine äderchen oder irgend sowas und hier sind wie die kleine punkte drinnen krasse markierung mega hammer und das hier ist alles so ein bisschen durchsichtig gemacht das hat mir hatten wir das in sso schon mal dass wir irgendwie mähne oder irgendwas anderes am pferd so so dass wir sowas durchsichtiges hatten ich glaube nicht das ist das allererste mal dass das sso gemacht hat die haben sich bei denen wirklich richtig mühe gegeben bei den fisch werden ich fasse es nicht woher der schweif okay das weiß ich ein bisschen komisch aus das sieht richtig abgeknickt aus jetzt würde er sich gleich hier in den fischschwanz brechen okay das war es tatsächlich schon okay ja was soll ich sagen ich glaube die zwei katzen hole ich mir nicht ich meine ich liebe zwar die katzen als haustiere hier in sso natürlich auch in real life ich habe selber zwei katzen aber die sind halt meistens so mega krass teuer und ich glaube nicht dass ich mir die holen werde dafür liebe ich die nicht ganz so sehr und von den zwei fisch werden werde ich mir auf jeden fall das zebra holen natürlich in der magischen form gefällt mir zwar der goldfisch ein kleines bisschen besser aber in der nicht magischen form ist bin ich auf jeden fall ein fan vom zebra und man kann sich ja zum glück aussuchen mit welcher form man herumlaufen möchte also wenn man möchte dann kann man auch nie in der magischen form um laufen also das ist dann egal aber der mega krass oder richtig 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 krass ja die muss man auf jeden fall mögen und wenn man sie nicht mag dann kauft ihr euch lieber nicht aber wie gesagt wenn ihr die nicht magische form mögt dann könnt ihr euch auch eines von den nicht magischen pferden holen weil die nicht magische form sieht auch schon echt mega toll aus muss man sagen na ja es sind auf jeden fall ab und das erkennt man ja hier die details ist wenn ich auch sehr schön nur hier der der kopf vom apollosa der gefällt mir irgendwie nicht so da fehlt mir irgendwas weiß nicht irgendetwas fehlt ich weiß aber nicht was schön das sieht echt krass aus ja gut merkt jetzt auf jeden fall von meiner seite von diesen fisch werden nicht zu sagen mehr werde ich euch auf jeden fall zeigen und erzählen wenn ich mir dann eins von den beiden kaufen werde welches es sein wird das wisst ihr jetzt schon das habe ich euch ja schon verraten und ja schreibt mir doch mal in die kommentare was haltet ihr von den fisch werden sind die so mega krass dass die euch schon wieder richtig gut gefallen oder sagte er nee die sind mir schon wieder zu krass das geht ein bisschen zu weit ist so eine mischung aus fisch und pferd gefällt mir halt so überhaupt ich finde die halt total hässlich jeder hat ja einen anderen geschmack also von daher ist es vollkommen okay was ist eure meinung schreibt sie mir in die kommentare und dann würde ich sagen dass wir uns im nächsten video oder nächsten leistung wieder hören werden ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag oder wunderschönen abend und hoffentlich bis zum nächsten mal ciao ciao